Herzlich Willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Drüberbrook. Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin Euer Xock und wir legen auch gleich los. Und zwar haben wir jetzt zwei Kleiderbügeln. Ich hoffe, dass es jetzt voll und zu hart wird, dass wir endlich mit der Seilbahn fahren dürfen. Damit kommen wir sicher den Berg hinauf. Bist ein lustiger Vogel, Tenhauser. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Kein Problem. Witziges Seil dreht sich, aber... ...Bügel hängen gerade noch da? Das ist eine gute Idee. Das sieht irgendwie... ...nicht gut aus. Ach, du bist wirklich ein Tollpatsch. Wir sehen uns oben, falls du einen Weg findest. Bis später. Ach, du Heilige. Kapitel 2, Paradiso. Na gut. Na gut. Oh. Hallo? Hallo. Ich bin hier. Bisschen dunkel hier. Hallo? Hey. Keine Sorge. Ich bin hier. Faszinierend. Oh. Das wird ja mal dunkler. Bistet mal. Öh? Nicht gut. Hä? Empfang 39 Zentimeter. Herzfrequenz 66 regelmäßig. Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Vigilanz gemindert. Patient supporös. Stimmung nicht schwingungsfähig. Hautkolorit Livide. Reduzierter Ernährungszustand. Muskulatur kommt nur schemenhaft zur Darstellung. Fast Thorax. Deutlich ausgeprägte Trichterbrust. Rosinenfarbiger Knoten. Beidseitig. Medioklavikular im Bereich des vierten ICR. Nehme ich gut. Marphanoida Habitus Arachnodactyli. Untere Extremität atrophiert. Enorme Kyphose. Extremitäten seitengleich eingeschränkt. Beweglich mit verringertem Muskeltonus. Muskeleigenreflexe mittellebhaft. Fingernaseversuch unauffällig. Bauch weich. Keine Resistenzen. Überlebhafte Darmgeräusche. Lebhafte Darmperistaltik. Abgeschwächtes Atemgeräusch. Rechts basal. Rasselgeräusche über beide Lungen. Gespaltener zweiter Herzton. Nasal betonte Akromegalie. Ist der irgendwann mal fertig? Karottenförmiger Tumor im Gesicht. Was? Ihr Hase vielleicht? Dekret nasal. Zunge weicht nach links ab. Desolater Zahnstatus. Pupillen beidseitig, rund und mittelweit. Sehr träge Lichtreaktion beidseitig. Augen ikterisch. Downbeat Nystagmus. Hornhautreflex beidseitig verzögert. Auslösbar. Halsumfang 39 Zentimeter. Hyperreflexie. Stimmung agitiert. Status des Patienten ungeklärt. Wo bin ich? Patient bei Bewusstsein und ansprechbar. Entschuldigen Sie bitte. Wo bin ich hier? Patient zu allen 42 Qualitäten nicht klar orientiert. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Wie fühlen Sie sich? Also erst mal, scheinbar bin ich wohl runtergefallen. Und dann bin ich wohl sehr beschädigt. Abgesehen davon, dass wohl mein allgemeiner genereller Zustand nicht so gut ist. Ja. Aua. Wer sind Sie? Mein Name ist Hans. Was machen Sie hier? Bäh. Eigentlich wollte ich ja Urlaub machen. Falls bekannt, wo wurden Sie geboren bzw. zusammengesetzt? Was? Zusammengesetzt? Zusammengesetzt? Hatten Sie schon mal ein Déjà-vu? Abgesehen davon, dass ich Ihre Frage schon wieder nicht verstehe. Hatten Sie jemals eine außerkörperliche Erfahrung? Sie haben gleich eine außerkörperliche Erfahrung, Freundchen. Interessant. Bitte halten Sie sich für weitere Untersuchungen bereit. Hören Sie mir eigentlich zu? Bevor nicht einwandfrei geklärt ist, ob Sie hier hingehören, kann ich Sie leider nicht gehen lassen. Auch zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wenn Sie bereit sind für eine weitere Untersuchung, klopfen Sie einfach laut und deutlich an die Tür. Dann hole ich Sie ab. Status des Patienten weiterhin ungeklärt. Hä? Was ist denn da los? Man hat mich all meiner Utensilien beraubt und in ein kleines Zimmer gesperrt. Ich habe bereits protestiert, jedoch ohne Erfolg. Wo bin ich hier nur hineingeraten? Ein entspannter Urlaub sieht jedenfalls anders aus. Ich vermute jetzt mal ganz stark, dass man vermutet, dass ich kein Mensch bin. Sondern so etwas wie der da, ne? Und wir hatten ja schon so die Ahnung, dass das vielleicht Aliens sind. Verschlossen. Natürlich. Da hilft auch keine Gewalt. Ja nun, aber wohin damit? Na da. Mit der Leiter könnte ich hoch zum Schacht. Also das ist ja mal komisch hier. Aber wir haben scheinbar wirklich so eine Statur, wir sind eigentlich gar nicht mehr lebenswert. So, was ist das hier? Kann man das mitnehmen? Kein Wasserdruck. Natürlich nicht. Oder verstopft. Oder verstopft. Oder ein Schlauch. Eine Münze. Sie ist aus dem Duschkopf gefallen. Klar. In der kosmischen Fügung ist sie direkt in meinem Inventar gelandet. Die Vorzüge des Kapitalismus. Ha! Ich vermute mal mit der Münze können wir dann nachher da hinten Schrauben öffnen, ne? Jetzt funktioniert sie. Oh. Gut. Raffiniert. Raffiniert, der Kleine. Wo bin ich nur gelandet? Mach mal die Dusche an, damit sie erst gar nicht gucken, ob ich hier drin bin. Ich bin da duschen, bitte nicht reinkommen. Ich bin nackt. Ich bin entpült. Durchgebrannt. Sind Sie bereit für weitere Tests? Nein. Lassen Sie mich gehen. Erst die Tests. Ich möchte aber nicht. Später dann. Lass mal durchgucken. Ich spüre einen leichten Luftzug. Vielleicht kann ich mich hindurch zwängen. Ein Versuch ist es wert. Ich bräuchte schon ein Spezialwerkzeug, um diese winzigen Schrauben zu lösen. Ich habe ja kurz geguckt. Nicht gut. Ich habe ja kurz geguckt. Ich habe ja eine Münze. Ich habe ja kurz geguckt. Da oben sind wir jetzt. Aha. Röntgenstrahlung. Wunder der Physik. Ei. Viele Bücher. Holla. Da ist was los. Tja. Wohl nicht genug Quantik. Mal gucken mal ein Grill. Also Aliens grillen auch gerne scheinbar. Ich packe sie mal ein. Zur Not kann man immer noch einen Hut daraus machen. Mess. Ach, Alufolie. Aha. Ein schöner Ausblick. Ja, doch. Aber Trachten würde ich hier gerne weg. Es geht steil bergab. Ich muss einen anderen Weg finden. Mhm. Ein Aquarium mit Blutegeln. Der Laden hier ist das reinste, tolle Haus. Iiii. Mir ist gerade nicht nach einem Imbiss zumute. Ich? Okay. Mir ist gerade nicht nach einem Imbiss zumute. Wäre aber eine schöne Option gewesen. Kino-Programm. Wollen wir ein bisschen Hektagon? Woche 36. Also eine Woche auf jeden Fall vergangen. Wenn wir hier... Schlüsselbund verloren. Die Ausgrabung des Urwesens... Nullt. Bereits begonnen. Sensation in Trübeburg. Aha. Faszinierend. Der scheint zu schlafen, oder? Der schläft tief und fest. Und daran möchte ich eigentlich nichts ändern. Ja, würde ich ja auch nicht. Hinter dieser Tür liegt das Zimmer, in dem sie mich eingespringen haben. Ach so. Nicht so lange dieser Rüpel davor sitzt und schnarcht. Gitterstäbe. Dieser Ort ist ein Knast und keine Erholungsstätte. Ich glaube, das ist aber nicht der Plan. Die Tür ist mit einem überdimensionierten Vorhängeschloss versperrt. Ach. So kann ich denn das. Eine Patientendiste. Aha. Aha. Okay. Patient 16. Hm, 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 hm. Patient 117. Patient behauptet weiterhin, er komme aus einer anderen Realität, setzten Salamander-Tests fort. Patient 117. So ein amerikanischer Eltern, der in Deutschland blieb, um Schauspieler zu werden. Patient 138. Hält sich für ein DDR-Spion. So fremd. Behauptet das Bluetooth kein Planeten. Schnelle Überweisung, netter Kontakt. Immer wieder. Den Schlup. Im steht dir noch bezogen, er wäre echt gar nicht mehr möglich. Diagnose, Lebenswürdigkeit, Therapie, FKK und Gartenabwehr. Spargeltazern. Tritt manchmal als Spielentwickler Bruno auf. Okay. Schokoladenfabrik. Warte mal, warte mal, ich will noch mal, da war irgendwas mit SPD oder so. Warte mal. Eine Patientendiste. Warte, Seite 3. Oder? Ja. Einweißen aufgrund von Parteimitgliedschaft. Das bitte. Ah. Okay. Hm, hm, hm. Hm, hm. Dr. Mr. Wiese. Ich glaube, dass die Region jeder seiner Schritte überwacht. Tom Jackson. Wie könnte es dazu kommen? Er wollte doch nur eine Havanna-Zigarre rauchen. Ei, ei, ei. Sind wir hier? Sanatorium Paradiso. Ländliche Erholungsstätte im heilklimatischen Kurort Trüberbrook. Herrlich gelegene Heilanstalt, Waldluft, bewaldete Berghänge. Anerkannt vorzügliche Küche. Das will ich sehen. Hier ist ein Schloss. Ein See. Was da wohl drin ist? Versuch's mal aufzumachen. Ich brauche die passende Kombination. Ja, spontan würde ich jetzt sagen, wir müssen leider wieder zurück in unser Loch krabbeln. Und erst mal das Spiel mitspielen, das man von uns erwartet. Mit der Hygiene sieht man es hier wohl nicht so eng. Ich möchte nicht wissen, was hier passiert ist. Hm. Stab, da ist etwas an die Wand gekritzelt worden. Keine Spannung. Ach, Manu. Auch sehr gut. Mit Alufolien. Oh je. Ich muss hoffentlich nicht die Sicherungen ersetzen. Mein Vater hat immer gesagt, Sohn, lass die Finger vom Sicherungskasten. Tada. Oh, eine Kombination. 5, 0, 7, 8. Na, schönen Dank auch. Na, damit kann man was anfangen. 5, 0, 7, 8. Definitiv eine Option für uns. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich probiere den Code, den jemand an der Wand hinterlassen hat. Mhm. Scheint zu funktionieren. Und was finden wir? Interessant. Das sind wohl die Patientenakten. Patient nach unerlaubtem Aufenthalt im Sperrgebiet zur weiteren Untersuchung festgesetzt. Sind wir das? Da sind sie ja. Hi. Sie haben sich wohl verlaufen. Ja, ja. Ich habe mal eine Reisegruppe verloren. Ich bin auf der Suche nach dem Zimmer-Service. Ich wollte kurz... Ist das der Weg zur Toilette? Entschuldigung, ist das der Weg zur Toilette? Keine faulen Ausreden mehr. Wir machen den Test. Jetzt. Wow. Dieser schlummer-Morchel-Smoothie hat es aber in sich. Ich sehe jetzt viel klarer. Ich denke, ein Schlüssel. Ob das der Schlüssel zum Haupteingang ist? Ich weiß genau, was Sie vorhaben. Vergessen Sie es! Was ist das? Er logst mich ab, wenn ich aufstehe. Meinst du? Könnte sein. Könnten Sie noch was am Kontrastverhältnis machen? Ja, das stimmt. Er ist ein bisschen schlecht. Na los. Bringen wir es hinter uns. Wie Sie meinen. Zunächst ein kleiner Assoziationstest zum Warnwerden. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Reihe von Bildern und Sie sagen mir bitte, was Ihnen als erstes dazu einfällt. Erstes Bild. Äh. Ein Geflächter aus Punkten. Keine Ahnung. Roboter, das Universum. Gute Frage. Ich weiß nicht. Ich will jetzt... Das würde wahrscheinlich... Ein Geflächter aus Punkten und Linien. Wie die neuralen Verschaltung eines Nervenbündels. Haben Sie schon mal von Sozophobie gehört? Faszinierend. Zweites Bild. Hey, das ist ja schon wieder sowas. Wir wissen schon, dass alles völlig überholt ist, oder? Kekse, Monoshafen und Fanta-Konflikte. Ein Raumschiff. Das sieht komisch aus. Sie wissen schon, dass das alles völlig überholt ist, oder? Wie Sie meinen. Konzentration. Drittes Bild. Oh, das ist ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Sind Sie jemals von einem Schmetterling gebissen worden? Äh. Ich auch nicht. Merkenswert. Und danke. So viel dazu. Geben Sie es lieber zu, Herr Tenhauser. Sie müssen es wissen. Wir wissen alle, dass Ihnen früher oder später die Ausreden ausgehen. Und dann ist es soweit. Dann gibt es kein Verstecken mehr. Wir wissen, wer oder was Sie sind. Aber diesen einen ehrlichen Schritt müssen Sie schon selbst tun. Wir behalten Sie bis auf Weiteres hier. Hey, was denn? Wir bereiten hier mal alles soweit vor und holen Sie ab, wenn das Prozedere beginnen kann. Klopfen Sie an die Tür, wenn Sie soweit sind. Aha. Ich komme langsam wieder zu klarem Verstand. Was für ein Trip. Was für ein Trip, du sagst es. Was für ein Trip. Ich gehe jetzt das Schränkchen ab. Verschlossen. Immer noch. Da habe ich noch keine Gewalt. Warte, wir kommen irgendwo dahin. Jetzt. Besser. Günstiger. Praktischer. Hm. Der schläft immer noch. Da waren wir drin. Oder was liegt denn da? Nein. Aber ich glaube, so schlimm sind die gar nicht, oder? Mal nochmal auf. Interessant. Nicht so lange wie... Hinter dieser... Gitterstäbe. Können wir da nicht suchen. Hm. Komische Sache. Also ich finde die gar nicht so schlimm, ne? Ja, ja. Die bringen uns immer wieder in unser Zimmer zurück und so. Aber so prinzipiell tun sie uns ja nicht wirklich was Schlimmes an. Also. Kann schlimmer laufen. Na gut, okay. Ja, liebe Leute. Wir gehen aber zurück auf unser, äh, sehr, ähm, schickes Zimmer. Vier Sterne, Fünf Sterne Zimmer. Mit Frühstück inklusive. Und mit kleiner Minibar. Namens, äh, Wasserhahn. Ja, genau. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.